Tja, wenn das jetzt zum Tornado wird, was machst du dann? Ja, dann freu ich mich. Das gucken wir seit drei Jahren. Das wird jetzt nächstens zum Tornado. Wir haben hier Ost- und Südoptionen bis zum Abwind. Wir haben hier Ost- und Südoptionen bis zum Abwind. Wir haben hier Ost- und Südoptionen bis zum Abwind. Wir haben hier Ost- und Südoptionen bis zum Abwind. Das wäre, glaube ich, noch fast besser. Das sieht da cool aus. Wahnsinn, wie das da hochgeht. Ja, vier Sterne. Das sieht nicht mehr nach Schelfstruktur aus. Südoptionen bis zum Abwind. Ah, Wallcloud. Das ist eine Wallcloud. Das ist alles etwas besser strukturiert jetzt. Warum hält sich der Regen etwas zurück? Jetzt bleibt etwas da drin und da bilden sich wenigstens jetzt ein paar regenfreie Basen. Das ist immerhin schon am Anfang. Das ist immerhin noch Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020